So, Julius, wie geht's dir denn so? Gut geht's dir. Super. Sport macht den Kopf frei. Das stimmt allerdings. Super. Du musst dich nur konzentrieren und tief durchatmen. 20 Sekunden, ab jetzt. So, und das Coole hier ist... Das Coole ist... Das Coole ist, hier ist jung und alt und alle machen mit. Das ist total toll. Also wirklich von... Ich glaube hier die jüngste ist 15 oder 14 oder 13, ich weiß es gar nicht, bis 78. Also alle sind mit dabei. Ich finde das großartig. Das macht richtig Spaß. Also, die machen das hier richtig toll. Ich gucke jetzt mal lieber, was es zu essen gibt. Also bis später.